so ok und damit kommen wir zum map 17 blackstar blackstar jutschen gut oh ah gut blitz 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 w So, noch Fragen? Gut. Das erste Mal, dass ich im Let's Play dieses Lock-On-Feature gemutzt habe von dem Raketenwerfer. Was? Und verarschen? Also ob mir eine Doppelläufige einfach nicht ausreicht. Ja, ist ja gut. Komm her. Wollte mich verarschen. Boah, Alter, irgendwie jetzt schon auf den Sack. Wolltei hier. Alles ist mein Gebiet. Boom. Leck mich doch. Wolltei hier. 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 Ich hänge fest. Mann. Mann. Meine Güter. Und hier. wer kommt sowas ist ja mal gar nicht scheiße das ist ein merkwürdigst du nö oder das ist der ernst warum gibt es in jeder map mindestens 15 cyberdemon oder in wo wir über 100.000 punkte da der mensch gibt der geht ja noch ist aber hier vielleicht mal hier direkt auf das ist ein zeller wo ist er jetzt doch er will doch hat er ihn anvisiert war krass fangen ob er ihn gar nicht anvisiert hat woher ich das kreuz nicht gesehen habe dankeschön so aber der saverdemon der wird eine wucht da gehe ich mal andersrum ran was ist euch los na gut da oh gott leck mich Ich bin nicht da. Nein! 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 Ah! 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 Nice! Oh! Und wieder hat sich das Ding. Also mal gucken, ob wir den Fall einsetzen können. Mal gucken, wo hier noch ein paar Gegner sind. Oha! Also ich merke schon, da sind ein paar Gegner. Dann nehmen wir die Chance einfach mal wahr. Oh, ich liebe so Schrägen. Boah, Alter! Oh! Oh, ich liebe so Schrägen. Oh! 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 Ah doch, was hat mir gefallen? Habe ich noch welche gegen den Riedfisch gelassen? Nö, sieht nicht so aus. Oha. Hä? Das ist aber sonst mal in der Wahl, oder? Ja, doch. Scheint so. Als der Wiese so grünlich ist, alter. Aber das ist doch Frieden, oder? Ich will doch kein Frieden, oder? Nichts blöd. Ach, Dark Encounter. Ich war gerade gedanklich noch komplett bei Frieden. Ich habe mich gerade schon erwundert, wir sind ja durch die Einschränkungen da gelaufen und eben... äh, schräge Wände sind ja gar nicht vanillakompatibel. Ich meine, Frieden ist jetzt nicht komplett vanillakompatibel, aber sie wollen es zumindest sein. Also, sie wollen es werden. Und da ist es dumm, denn noch irgendwelche Schräg einsetzen. Boah, alter. Wo denn? Ach da. Oh, mein Gott. Das ist so exciting. Nein! Äh, was ist das? Platform Wild. Was für eine Plattform? Bin ich jetzt Platz vor der Form, oder was? Ah! Also, brauche ich jetzt den Schlüssel? Da geht es noch weiter. Da geht es noch ganz viele Stücke weiter hier. Boah! Boah! Bedeutlichen Schüggelde! Bedeutlichen Schüggelde! SilberroOC6-Katee! ok mein abc abzug ist mittlerweile auch schon aufgebraucht muss ja da aufpassen aber hier ich muss noch gläuberei noch eine tür what the fuck ach du kacke ihr wollt nicht doch rum das ist doch nicht du scheiter oh alter jörg verarschen oh fuck Digger! Kann ich einfach ein paar von den Diggern werfen? Ja, ne? Wow! Okay, bam, bam, bam. Ah, meh, meh, meh. Oh mein Gott. Alter, so ein Spider-Master-Mind. Ist aber auch schon ein Heckkind, der Gegner hier. Oh, Alter! Ich hab zwischendurch was von uns lieben. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Aber der Spider-Master meint, der macht mir echt Sorgen. Alter. Könnte doch vergessen, könnte das doch. Wo bin ich denn hier? Das war super schlau. Bisschen Leben. Oh Mann, Alter. Ich soll ja nicht. Das schützt ja jetzt schon wieder. Ist da mehrere? Leute, einer reicht. Oh, Alter. Hier ist sowas von mir. Die Frage ist nur, ob alle Spider-Master meinten, oder ob wir noch normale Spinnerei sind. Was? Was? Der hat kein so Ding gedorpt? Oh, ich komm doch gar nicht rein. Was? Alter, wieso kam ich da nicht rein? Das ist doch scheiße. Das ist doch billig. Wo ist die andere? Ich höre zu verdrehen, als würde ich nur die andere ist. Oh. So. Gehen wir hier mal hoch. Lange mal wieder hier. Oh, jetzt kommen aber. Die hängt da oben fest, kann das sein? Lol, gefällt mir. So kann das bleiben. Achso, ich kriege hier von der Röhre Schaden. Okay, sieht auch nice aus. Boah. Ernsthaft, Mädel? Geht ja mal gar nicht. So, die Spinne da, die ist da erstmal schon festgehandnagelt. Ah, war das gut oder war das gut? Wo denn? Achso, von der Säure. So, halt, ich kriege noch meine Macke. Boah, Alter. Dankeschön. Meine Güte. Diese Firma, diese, 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 diese roten Flüscher, die man soll, die Leute wieder alle wieder beleben. Die können aber schon echt hart auf den Sack gehen. Ah, habt ihr geklappt? Ich bin glatt über den rüber geflippt, Alter. Ich wollte eigentlich nicht rauf. Genau so. Jawohl. Ja, 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 perfekt. Ja, 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 genau das. Was? Wollt ihr mich verarschen? Ich höre dich, wo bist du? Oh, das rote, da ist ein blaues Ding. Hätte ich mir gleich mal nehmen müssen, wahrscheinlich. Ich bin auch einer der dritten Generationen hier. Echt jetzt. Der mindestens dritte Generationen. Danke. Nein. Ich will leben. Och, jetzt leck mich doch. Alter, dieses Rumgeschnitter hier immer, das ist ja... Das ist jetzt hier ein Eisballett oder was? Ist er noch weiter? Wahrscheinlich nicht so. Wollen wir auch nicht herausfinden. Aber wie war denn hier? Hier geht es ein bisschen Leben. Oh, Grundrüstung. Dankeschön. Endlich kann ich mich mal frei bewegen hier. Gott. Alter, bitte. So, meine Strafe für euch. Geht es jetzt hier noch Leben? Dann können wir wieder nicht rein. Geht auch kacken. So, hier waren wir ja bereits. Ja, genau. Das ist der Bereich, wo wir von unten kamen. Wo müssen wir denn jetzt hin? Also, wir haben hier die gelbe Karte bekommen. Die brauchen wir auch für... Ja, du Kacke. Was? Ach, alter Wisse. Leck mich. Und zwar einmal mit Vanillegeschmack und einmal mit Kokos. Danke. Oh, das war schon wieder dumm. Da würde ich die Dinger beseitigen und beseitige dabei aber eher mich. Wo waren denn jetzt? Wo waren denn jetzt? Oh, man, alter, jetzt ist aber mal gut hier. Wo denn jetzt? Okay, ich habe den Trick verloren. Mal wieder. Oh, nö, man. Ernsthaft jetzt? Ach, läck mich doch einfach mal. Ne, ich habe Bock. Wo kommt das so rum? Okay, gut, ich verschwinde. Das ist mir gerade ein bisschen zu blöd. Also, gleich zwei von diesen Fischern. Muss man nicht haben. So, wo komme ich denn jetzt wieder zurück hier? Kann ich denn noch auf? Da ist ein Schalter. Ach so, hier. Wenn man es richtig macht. Oh, da ist auch noch wieder einer, die da gelegt. Ja, springe noch welche, ich mache. Geht doch. So, wir wollen ja, wir brauchen mal wieder ein bisschen Leben. So, hiermit könnte ich jetzt auch zu dem Zickser zurückgehen und diesen Kack, äh, roten Typen da abschlachten. Ich kann davon einfach gleich zwei. Einer reicht ja nicht. Ach Gott. Ja, der hat alle wiederbelebt, das war doch klar. Ja, der hat alle wiederbelebt, das war doch klar. Gleich zwei davon, die da sind jetzt insgesamt drei. Ich mach' den Sinn, das macht einfach keinen Sinn. Okay. Okay. Dann lasse ich dir dann auch einfach mal rumtoben. Mit dem haben wir ja erstmal nichts mehr im Boot. Ich wüsste nicht gerne, wo wir jetzt hin müssen. Äh, sind wir wieder zurück? Oder was bin ich jetzt überhaupt? Achso, ich bin wieder überhaupt drauf. Okay, da müssen wir hin. Kommen wir aber nicht. Gleich könnte ich jetzt springen, aber... Wenn's da keinen legalen Weg hin geht, dann sollen wir da aber schnell doch noch gar nicht hin. Oder? Ist ja Swat 50. Alter. Wenn man auch Swaten kann. Doch, man konnte hin. Okay. Und Swat 50 ist halt legitim. Das ist halt, das geht halt schon bei Vanilladoom. Oh, dementsprechend... Oh, dementsprechend... Ich erleck mich doch. Oh mein Gott. Was? Lol. Oh mein Gott. Wo sind denn jetzt alle her? Oh mein Gott. Ich will mal runter hier. Danke. Ich würde gerne ins Exit. Äh... Hier kommt man nicht rüber. Was bringt das Ganze denn dann? Achso, hier kommt dann. Schau. Halleluja. Oh, offenes Gelände. Und ein Flügel. Na gut. Das war Level 18. Ne, jetzt kommt Level 18. Das war Level 17. Was? Genau, doch. Jetzt kommt Level 18. Das war die 17. Ich will nicht mehr mehr, was ich gelabere. Die Frage ist, wie viel mache ich heute noch? Also, wir haben bei den anderen haben wir noch eine, 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 eine Kacke offen. Eine... Also eigentlich könnte ich jetzt schon aufhören, weil die Sache ist, wir sind jetzt so bei... Wir haben jetzt so 17 Levels geschafft. Das ist quasi eigentlich schon zu viel, weil das hier ist bei jeweils ungefähr die Hälfte. Wir haben... Es gibt es immer... Bei Ultimate sind es immer vier Episoden. Wir haben bisher immer zwei geschafft. Das heißt also, zwei bleiben noch übrig. Ähm... Das würde also bedeuten, hier hätten wir auch jetzt noch die Hälfte übrig. Die Hälfte wäre aber bis Level 15. Wir sind jetzt aber schon bei Level 18. Also, wir haben jetzt schon so 17 Levels, so rum. Wir haben also praktisch sogar schon zwei Levels zu viel. Nur eben, ich mache immer praktisch Pro immer, immer Episodenweise. Und die Episode bei, bei, bei Doom 2 Melds gibt es halt nur zwei, äh, nur drei Episoden. Dementsprechend... Ah, doch, ich spiele es Level, äh, bis Level 20 durch. So. Gut. Ah, okay. Dann rollen wir mal, ne? Äh, ist es hier richtig? Genau. Hallo? Geht doch. So, dann werde ich noch sagen. Schau mit V.